Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Marc und ich arbeite im Spring-Team, konkret im Spring-Data-Team und kümmere mich dort um die Entwicklung der Spring-Data-Module für MongoDB, für Redis, Cassandra. Und mir liegt das Thema reaktive Programmierung. Eigentlich, ich glaube, deswegen wurde ich sogar eingestellt, um reaktive Programmierung ein bisschen was voranzutreiben und insbesondere die Integration von Datenbanken und Datenzugriffen auf eine reaktive Art und Weise. Und das bringt uns eigentlich auch gleich schon zu unserem Thema Reactive Relational Database Connectivity. Nun, wer von euch hat schon mal reaktive Programmierung gemacht? Ah, eine Handvoll, sehr cool. Und für alle die, die noch nichts mit reaktiver Programmierung zu tun haben, nun, was ist reaktive Programmierung? Es ist ein Ansatz, um die Effizienz dessen zu steigern, was wir aus unserer aktuellen Hardware herausbekommen. Es ist ein Ansatz, um ereignisgetrieben unser Programmiermodell zu gestalten. Und es ist etwas, was uns wirklich hilft, noch viel mehr aus vorhandener Hardware, aus den bereits vorhandenen Ressourcen hinauszuschöpfen. Häufig ist es so, dass wir mit einem einfachen Programmiermodell beginnen und dann an einem gewissen Zeitpunkt merken, so, huch, wir haben ja mehr User wie Kapazität, dann stellen wir noch weitere Rechner und weitere Kapazität ins Rechenzentrum. Aber was, wenn wir nicht bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, weil wir einfach schon zu viel im Rechenzentrum herumstehen haben? Oder wenn wir keinen Platz mehr im Rechenzentrum haben? Das kann ja auch sein. Noch ein neues Rechenzentrum bauen, einfach nur, weil wir den tausend ersten User nicht handeln können. Und da greift die reaktive Programmierung, indem sie gewisse Annahmen, die es in der imperativen Programmierung gibt, umdreht und dafür sorgt, dass wir diese vorhandenen Ressourcen wie CPU, wie Hauptspeicher viel effizienter nutzen. Das ist so im Kurzen das mal zusammengefasst. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch so eine Hype-Welle der reaktiven Programmierung. Jetzt ist es so ähnlich, wie es vor zehn Jahren gewesen ist, als NoSQL-In war und der Hype war. Da gibt es jetzt so ein bisschen was, diese Hype-Welle. Jeder macht jetzt im Reaktive, weil es irgendwie cooler, fancy ist. Und wenn ich jetzt anfange, meine Anwendung reaktiv zu schreiben und reaktiv zu gestalten, dann stelle ich gewisse Dinge fest. Das Ecosystem ist noch jung. Es gibt vielleicht nicht alle Integrationen für all diese Dinge, die ich sonst in meinem Umfeld habe, aber mit denen ich mich trotzdem dann integrieren lassen möchte. Und der grundsätzliche Ansatz bei reaktiver Programmierung ist nun, wir treffen keine Aussage darüber, ob etwas asynchron oder multithreaded sein soll, sondern die Kernessenz dessen, die mir diesen großen Hebel an Skalierbarkeit bietet, ist die nicht blockierende Art und Weise, wie reaktive Programme ausgeführt werden. Das heißt, all diese Integrationen, all diese Zugriffe auf Datenbanken, Messaging-Systeme, haben ein Non-Blocking-Transport-Layer oder mindestens eine Non-Blocking-Transport-Schicht, die Aufrufe entgegennehmen kann und sie ans System weitergeben kann, ohne dass sie den Thread, auf dem die aktuelle Aktivität ausgeführt wird, wirklich blockiert. Und wenn ich diese Non-Blocking-APIs nicht habe, dann ist das Gegenteil davon, was ich habe, sind blockierende APIs. Und das passt nicht so ganz mit dieser reaktiven Idee zusammen, denn sobald ich wieder blockierende APIs habe, blockiere ich Threads. Threads sind begrenzte Ressourcen und somit vernichte ich eigentlich sämtlichen Benefit, sobald ich eine blockierende Komponente in mein System hineinziehe und dieser ganze Benefit der reaktiven Programmierung wird damit eigentlich auf einen Schlag dann zunichte gemacht. Warum ist das so, dass wir überhaupt reaktive Programmierung benötigen? Nun, es gibt so einen Trend Richtung, lasst uns doch die Systeme verteilen auf mehrere Microservices oder Instanzen. Und wenn ich dann an irgendeiner zentralen Stelle sitze, die dann interessiert ist an Daten, die aus mehreren Datenquellen kommen, dann muss ich plötzlich mit mehreren Services sprechen. Ich spreche hier ein Stück Code aus Spring Webflags, der dann zeigt, okay, geh zum ersten Service, geh zum zweiten Service, warte, bis das Ergebnis zurückkommt und vereine das Ergebnis dann zu einer gemeinsamen Antwort. In einem Imperativ- oder Asynchronen-Szenario würde ich jetzt hergehen, nun entweder die Services nacheinander aufrufen, was irgendwie lange dauert, weil ich habe Latenzen, die dann mit reinspielen, Fehler-Szenarien, die dann mit reinspielen, oder aber wenn ich die Dinge parallel betrachten will, weil jeder dieser GET-Aufrufe, den wir jetzt hier sehen, ist unabhängig voneinander, gehe ich zum ersten Service, gehe ich zum zweiten Service, packe das beides auf den Threadpool, habe dann mindestens zwei Threads belegt und der dritte Thread, der das alles synchronisiert, ist dann der dritte Thread, den ich belegt habe. Mit reaktiver Programmierung belege ich statt drei Threads nur einen, weil ich diese Annahme über das Threading dann gar nicht mehr treffe. Und das ist so ein bisschen fast die Stärke des reaktiven Programmiermodells, dass ich einfach diese Annahme über diese Ressourcennutzung weiter von mir wegschiebe. Wie auch immer, es gibt Dinge, die mich daran hindern, Ende zu Ende reaktiv zu sein. Wir haben jetzt hier ein Beispiel gesehen von Spring WebClux und dem WebClient, was eine Integration ist für einen HTTP-Client. Es gibt noch viele weitere in dieser Integration, beispielsweise für Integration mit Threads, mit Cassandra, MongoDB und Couchbase. Aber was es nicht gibt, ist die Integration hin zu relationalen Datenbanken. Fakt ist, irgendwie 80% der Entwickler haben sich nach diesem NoSQL-Hype entschieden, ich komme dann doch wieder zu meiner relationalen Datenbank zurück. Weil das ist genau das, was eigentlich supported wird und was mein Datenmodell so abbildet, wie ich es benötige. NoSQL mag ja schön sein, mag ja cool sein, aber relationale Datenbanken sind die Datenbanken, die immer noch die meisten Daten beinhalten. Das ist einer der Aspekte. Ein anderer Aspekt ist, ich habe mit einem Reactive Streams-basierten Programmiermodell auch so etwas, das nennt sich Backpressure. Das sorgt dann dafür, dass wenn ich einen schnellen Produzenten habe und einen langsamen Konsumenten, dass dieser langsamen Konsument nicht von Daten überrannt wird. Dass der Datenbankserver mehr Ergebnisse produziert und der Client gar nicht mehr nachkommt, die Daten zu verarbeiten. Das ist cool, weil es innerhalb eines Prozesses funktioniert. Aber was ist mit Interprozesskommunikation? Bei Interprozesskommunikation lege ich mich üblicherweise auf irgendeinem Protokoll fest. In der heutigen Zeit mag das vielleicht HTTP sein. Und HTTP selbst sagt nur, was darüber aussehen, wie die Rückkehrs-Response-Strukturen aussehen, aber transportiert nicht diese Information, der Backpressure, an wie vielen mehr Daten mein Client tatsächlich jetzt interessiert ist. Und auch da gibt es eine Initiative, die sich R-Socket nennt und versucht, das Problem zu adressieren. Das heißt, so Ende-zu-Ende reaktive Systeme sind zwar möglich mit Einschränkungen und eine dieser größten Einschränkungen, und zwar relationale Datenbanken, wollen wir uns heute anschauen, wie wir damit umgehen können. Deswegen stelle ich euch heute R2DBC vor. Reactive Relational Database Connectivity. Das ist hier Abkürzung dafür. Und was R2DBC ist, ist, es ist ein Grund auf ein designtes SPI oder API, das mir einen Zugriff, eine Zugriffsschicht definiert, die mir Interaktion mit relationalen Datenbanken, die den Austausch mit relationalen Datenbanken ermöglicht. R2DBC nimmt die Eigenschaften von reaktiven Systemen und reaktiven APIs entgegen und fördert diese Eigenschaften. Das heißt, an Stellen, an denen es zu I.O. kommt, arbeite ich mit einem sogenannten Publisher-Type. Der Publisher steht für etwas, hinter dem sich ein Rezept verbirgt, wie ich auf meine Datenbank oder meine Datenquelle zugreife und zu einem späteren Zeitpunkt, sobald ich tatsächlich an den Daten interessiert bin, kann ich mich beim Publisher melden und sagen, okay, jetzt fang bitte an, mir Daten zu liefern. Liefere mir mehr Daten. Oder ich bin jetzt fertig mit dem Konsumieren von Daten und du kannst aufhören, mir Daten zu senden. Das heißt, wir haben hier ein bidirektionales Protokoll zwischen der Stelle, die sich für die Daten interessiert und der Stelle, die die Daten produziert. R2DBC ist komplett auf Non-Blocking-Programmiermustern aufgebaut, indem es an wirklich allen Stellen Non-Blocking-Datentypen und Non-Blocking-Datenstrukturen austauscht und es vermeidet, dass das überhaupt blockierende Code-Pfade entstehen kann. Und an Stellen, an denen es Sinn ergibt, nutzt R2DBC auch Protokoll-Features von Datenbanken, um diese Reaktivität und diese Anforderungen an die Menge an Daten auch zu kommunizieren. Eines dieser Beispiele sind beispielsweise Cursors. Wenn ich ein enorm großes Result-Set habe, dann will ich nicht alle Millionen Datensätze sofort auf meinen Client laden, sondern ich will, dass mein Client stückchenweise und häppchenweise die Daten verarbeiten kann, in Größen, in Batch-Sizes, die Sinn für den Client ergeben und nicht alles auf einmal laden. Was gewinne ich damit? Nun, ich gewinne, dass ich weniger Hauptspeicher belege, ich gewinne, dass ich das erste Paket an Daten viel früher prozessieren kann, schon bevor der letzte Datensatz an meinem Clienten angekommen ist und ich gewinne, dass ich zu einem beliebigen Zeitpunkt stoppen kann mit der Verarbeitung und ich vielleicht noch nicht alle Daten von der Datenbankseite gelesen habe. Das heißt, ich schone auch die Netzwerkschicht dann damit. Warum SPI statt API? Nun, wir sind der Meinung, dass ein Datenbanktreiber die Datenbankkommunikationsschicht abstrahieren sollte. Ein Datenbanktreiber sollte nicht etwas sein, mit dem wir als Anwendungsentwickler tagtäglich zu tun haben, mit dem wir tagtäglich Queries ausführen, bei dem wir uns wieder um Ressourcen kümmern müssen, bei dem wir Dinge machen müssen, weil es irgendwie die Spezifikation verlangt und weil es der Treiber Implementierer implementieren muss. Wir wollen einfach nur diesen Kern und den Kern dessen abstrahieren, was ein Datenbanktreiber für uns repräsentiert. Wir wollen nicht Treiberentwickler dazu zwingen, User Convenience Features entsprechend neu zu implementieren zu müssen. Eines dieser Beispiele ist das Fragezeichen, was wir aus dem JDBC-Umfeld kennen, als Parameter Bindmarker. Jeder Treiberentwickler muss diese Treiber für sich selber wegabstrahieren. Oder ein anderes Beispiel, das JDBC-URL-Parsing. Schon jemand irgendwie eine Konsistenz über mehrere Treiber gesehen, dass die URLs gleich sind? H2 macht so, SQL Server macht so, Postgres macht es wieder anders und Oracle macht es auch wieder anders. Und das ist irgendwo ein Schmerz, weil erstens nicht deklariert ist, wie so eine URL aussehen soll. Und zum Zweiten muss jeder Treiberentwickler URL-Parsing implementieren. Das ist irgendwo am Ziel vorbeigeschossen. Deswegen deklariert das R2DBC-SBI einen minimalen Kern, der sich um diesen Treiber drum herum legt und den dann später Client-Entwickler hernehmen können, um eine menschlichere API oben drüber zu bauen. Ein API, mit dem ich als Anwendungsentwickler gerne arbeite. Ein API, was mir meine Use-Cases hilft abzubilden und nicht irgendein Connection-Interface und dann Try-Catch, Finally-Try-Catch, um eine Transaktion zu benden. Das ist irgendwie am Ziel vorbei. Wir haben aus den Erfahrungen aus JDBC gelernt und JDBC dient zweierlei Zwecken. Einerseits der Abstraktion und Deklaration, wie Java Datenbank-Zugriff aussehen soll. Andererseits ein API-Richtung des Users und eben durch die Trennung dieses Aspektes wird es einfacher für Treiber-Entwickler einen Treiber zu implementieren, weil dort wirklich nur der Einzelne, nur der Kern betrachtet wird. Und andere Clients wie beispielsweise JPA, Juke, JDBI können oben drauf setzen. Ja, Frage. Sehr gute Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem API und SPI? Ein API ist ein Application Programming Interface und das SPI ist ein Service Provider Programming Interface. Und der Unterschied liegt darin, wie diese Komponente genutzt wird. Ein SPI wird üblicherweise von einem Plugin oder von irgendeiner Komponente ausgefüllt, die sich danach irgendwo rein pluggen lässt. Beispielsweise JDBC ist ein API und ein SPI. Ein API, weil ich es als Anwendungsentwickler nutzen kann und ein SPI, weil beispielsweise Hibernate, Juke, JDBI diesen Treiber als Plugin nutzen können und dann obendrauf Funktionalität bauen können. Würde das API das SPI benutzen? Ja, aber auf eine Art und Weise, dass es vielleicht ein Stück weit weg abstrahiert wird, weil du willst nämlich nicht komplett mit dem SPI immer in Berührung kommen, weil das ist etwas, das ist ein Protokoll zwischen Client und Datenbanktreiber und das Protokoll zwischen Applikationsentwickler und Datenbank Client ist auch wieder ein anderes. Dort willst du eher über Queries sprechen, über Datenstreaming, über die Verarbeitung von Daten, die du erhältst, während du dich zwischen Client und Datenbanktreiber dann über Connections unterhältst, über Transaktionen, Safe Points, solche Sachen. Das heißt, die Kommunikationsgrundlage ist bei diesen zwei verschiedenen Konzepten eben eine andere. Gibt das Sinn? Sehr cool. Genau, die Fragezeichenabstraktion habe ich schon bereits erwähnt. Nun, wie sieht das SPI aus? Ich glaube, es ist eine Handvoll Klassen derzeit und es fängt alles mit einer Connection Factory an. Die Connection Factory stellt mir genau das bereit, was der Name eigentlich schon sagt. Es ist eine Factory um Connections zu erhalten. Es ist ein minimales Interface. Das beinhaltet zwei Methoden. Einmal die Create Methode und eine Get Metadata Methode. Die Get Metadata Methode gibt ein minimales Connection Factory Metadaten Objekt zurück, was einen minimalen Anteil an Daten enthält. Ich glaube, derzeit ist da einfach nur der Name drin, damit wir wissen, mit was für einem Treiber wir es zu tun haben. Aber nicht dieses riesen, enorm große Database Metadata Objekt, was wir aus JDBC kennen, was irgendwie 500 Methoden hat, von denen wir keine einzige als Entwickler nutzen. Sondern das ist ein wirklich minimaler Anteil. Und eine Connection Factory, was ist das genau? Nun, für einen Treiber kann das genau das Ding sein, was eine Connection erzeugt. Für einen Connection Pool kann das genau der Connection Pool sein. So eine Connection Factory kann ich direkt nutzen oder rappen. Oder eine Connection Factory kann irgendeine aspektorientierte Interceptor Komponente sein, die mir hilft diese Aufrufe in Richtung Connection Factory Delegat dann abzugreifen. Das heißt, dass ich mich dann da reinklinken kann, für Dinge wie beispielsweise Tracing, Observability oder Metriken abzugreifen. Das heißt, so ein Connection Factory kann viele Implementierungen haben. Und sobald ich einmal die Create Methode aufrufe, erhalte ich dann eine Connection in die Hand. Und das repräsentiert dann ein Kommunikationsobjekt in Richtung Datenbank. Dieses deklariert dann Methoden, die ich nutzen kann, um mit der Datenbank mich über unterschiedliche Dinge unterhalten kann. Das heißt, ich kann eine Transaktion beginnen, eine Transaktion zurückrollen, committen, ich kann Savepoints erstellen und wieder freigeben, ich kann einen Batch erzeugen, aber das, was uns eigentlich interessiert, ist das Statement. Ich kann ein Statement erzeugen. Das Statement erzeuge ich mit Hilfe von einem SQL-String und das Statement ist erst einmal ein Objekt, das zurückkommt, das ich ausführen kann oder an das ich Parameter binden kann. Wir machen keine Unterscheidung, ist es ein prepared Statement, ist es ein Statement oder ist es ein crawlable Statement. Das soll der Datenbanktreiber für sich selbst herausfinden. In den meisten Datenbank Implementierungen gibt es ohnehin keine Unterscheidung zwischen Simple Statement und Extended Statement, sondern meistens nutze ich einen Weg, um Statements auszuführen. Aber wenn die Datenbank so etwas unterstützt, dass es eine Unterscheidung geben kann, dass es ein Simple Statement ist oder ein Prepared Statement, weil vielleicht irgendwelche Cursor-Informationen dranstecken können, dann soll das der Treiber für sich machen. Es gibt keine Notwendigkeit, dieses Detail an den Parameter zu binden hat, dann wird er auch die Bind Methoden nicht aufrufen. Wenn der Klient Parameter binden will, dann wird er die Dinge binden. Aber es gibt jetzt keine Notwendigkeit, das im Typsystem auszudrücken. Die Menge an Typen, die wir exponieren, schrumpft. Ich kann an ein Statement einfache Werte binden. Ich kann an ein Statement komplexere Werte binden, wie beispielsweise Blobs oder C-Lobs. die derzeit in Arbeit sind. Ich kann an ein Statement mehrere Bindings dranhängen. Das heißt, dass ich dieses Statement mit verschiedenen Parametern ausführen möchte und sende das kumulativ an die Datenbank, dass ich die Transportschritte so effizient wie möglich gestalte. Ich kann Informationen dranhängen, dass ich an Key-Generierung interessiert bin. Beispielsweise wenn ich einen Insert habe und eine Identity Column möchte diesen generierten Identity Wert zurückerhalten. Auch das kann ich ausdrücken und spezifizieren. Zeitweise hatten wir diese Return Generated Values Methode mal rausgeschmissen, weil wir dachten, kriegen wir alles über SQL geregelt. Wir haben dann gemerkt, H2 funktioniert anders. Diese Methode brauchen wir dann doch wieder. So ist die Methode auch hier drin gelandet. Oder beispielsweise Stored Procedures. Wer verwendet Stored Procedures von euch. Wir waren der naiven Überlegung zum Opfer gefallen. Verwendet eh keiner, brauchen wir nicht. Und dann kommt Lukas Eder, der Juke-Mensch und sagt, ja, nee, brauchen wir schon. Und zwar auf den richtigen Datenbanken. Und das hat uns dann zum Nachdenken bewogen. und dann sind wir hergegangen und gesagt, okay, gut, dann müssen wir das auch nochmal spezifizieren und das wird in irgendeinem der zukünftigen Releases mit enthalten sein. So lernen auch wir anhand des Feedbacks der Community und der Dinge, die eben benötigt werden. So, zurück zu unserem Statement. Wenn ich mein Statement fertig konfiguriert habe, meine Werte fertig dran gebunden habe, dann führe ich das Statement aus und das Statement gibt mir ein Publisher von Result zurück. Und der Publisher von Result kann mir 0 bis n Results zurückgeben. Das heißt, ich kann beispielsweise bei mehreren Bindings mehrere Results zurückbekommen. Oder wenn ich eine konkatinierte Query habe, die Select davon, Semikolon Select von woanders her, dann sind das auch zwei Results Sätze, die zurückkommen können. Und das Result selbst bietet eigentlich nur zwei Methoden. Entweder möchte ich die Anzahl der betroffenen Zeilen konsumieren, get rows updated, oder ich möchte das Ergebnis konsumieren. Reicht darin eine Mapping Function, die erhält eine Row und ein Row Metadata in die Hand und liefert dann einen Objekttypen zurück. Und das alles wird dann vom Treiber gemappt, dass ich dann aus der Row Daten heraus exerhieren kann. Unten drunter sehen wir die zwei Row Methoden, die get und also die zwei get Methoden, einmal get über Object Identifier und zum anderen get mit dem Identifier und dem gewünschten Typ. Das heißt, der Treiber kann auch durchaus ein Typ Konvertierungssystem mit sich bringen, dass ich dann die Spalte, die normalerweise vielleicht nach Long mappen würde, auch nach Integer Mapper oder nach Big Integer Mapper. Damit bekommen wir auch eine gewisse Flexibilität, je nachdem, was der Client benötigt, ob der Client dann die Konvertierung selber anstößt oder ob der Client sich darauf verlässt, dass der Datenbanktreiber das richtige tut. TM. Jetzt nachdem wir durch das API durch sind und das ist wirklich alles, was an API haben. Schauen wir uns mal an, wie das alles dann funktionieren könnte. Wie fände wir nicht das dann? Nun, ich erzeuge eine Connection Factory, mit der Create Methode erzeuge ich eine Connection, auf der Connection würde ich dann ein Statement erzeugen und dieses ausführen. Und diese Flatmap und Flatmap Many Methoden, die wir jetzt hier sehen, kommen aus dem Project Reactor. Das sind Methoden, die relativ straight forward, es ist eine Handvoll Zeilen, aber ja, sieht gar nicht mal so schrecklich aus. Wenn ich anfange Werte an meine Aufrufe zu binden, kommen dann auch Bind Calls mit hinein. Und wem fällt was auf? Wie sind die Parameter deklariert? Dollar Wunderbar. Was geschieht hier? Nun, wir haben uns dazu entschieden, keine künstliche Abstraktion für Parameter einzuführen. Das heißt, was bleibt uns übrig? Wir benutzen die native Repräsentation der Datenbank, um Statement Parameter zu repräsentieren. Und ob ihr es glaubt oder nicht, fast jede Datenbank hat ihre eigene Art und Weise Parameter zu repräsentieren. In Postgres ist es die Dollar Not 1, 2, 3. Und auch wenn man sich anschaut, was der JDBC-Treiber heute macht, wird man sehen, dass diese Fragezeichen in Dollar 1, 2, 3 gewandelt werden. Und das ist das, was im Original-Sql-String an an die Datenbank gesendet wird. SQL-Server benutzt die Ad-Repräsentation, das heißt Ad P1, Ad P2, Ad irgendein symbolischer Name. Oracle hat, glaube ich, die Doppelpunkt-Name. SAP HANA hat, glaube ich, auch die Dollar-Notation. Und so hat jeder Store seine eigene Art und Weise, die Dinge dann zu repräsentieren. Und wir machen auch extensiv davon Gebrauch, wir verstecken diesen Fakt nicht, sondern wir bestärken ihn, nehmen ihn und geben ihn an die Client-Entwickler weiter. Und der Client-Entwickler kann dann für sich entscheiden, will ich Portabilität implementieren oder will ich nativ die Dinge repräsentieren, so wie sie tatsächlich dann an die Datenbank weitergegeben werden. Für manche Anwendungsfälle ist Portabilität wichtig, gar nicht mehr so wichtig. Und das ist eine Entscheidung, die ein Client-Entwickler für sich zu treffen hat und propagiert diese dann auch an sein Framework weiter. Was passiert jetzt hier? Wir binden zwei Parameter Sets, das heißt der erste Parameter wird auf 100, der zweite auf 200 gesetzt, dann wird Add aufgerufen, was dann dazu führt, dass ich diese Query dann mehrmals aufrufe, und zwar beim zweiten Aufruf mit den Parametern 300 und 400 und sobald ich Execute aufgerufen habe, wird dann dieses Ergebnis zurückgegeben und ich kann dieses Ergebnis dann prozessieren. Soweit bin ich auch noch relativ cool. Bringen wir mal Transaktionen mit ins Spiel. Und da fangen wir langsam so an zu sehen, das ist zwar ein kompaktes SPI, aber so möchte ich nicht, dass mein Code aussieht. Ich kann eine Transaktion beginnen, aber um den Commit muss ich mich dann auch selber kümmern, um den Rollback muss ich mich an der Stelle selber kümmern und wenn ich das mache, dann falle ich in diese Semantik von Try-Catch Finally Try-Catch zurück, das was ich eigentlich in JDBC mache. Während das notwendig ist, diese Dinge dann zu machen, will ich das nicht notwendigerweise vielleicht so explizit ausdrücken oder ich will es vielleicht und das alles ist zwar cool, aber eben doch sehr viel Text, sehr viel Code, der dann an der Stelle passiert und sehr viele Falschtricke, die ich irgendwie vergessen kann oder falsch machen kann. Deswegen sind wir auch in Gesprächen mit Client-Entwicklern, um sie zu ermutigen, Client-APIs zu bauen, um ein menschlicheres API und ein schlanker nutzbares API zu bauen, mit dem ich dann als Anwendungsentwickler tatsächlich meine Anwendung dann bauen kann. Wir haben einfach mal so aus Spaß ein RTDBC-Client-Projekt mal gebaut, sehr stark daran inspiriert, wie JDBI gebaut ist und das erlaubt mir dieses SPI, was unten unter dem Client sitzt, dann auf eine schlankere Art und Weise zu nutzen. Ich muss jetzt nicht mehr länger ein Statement erzeugen, das Executen oder vielleicht Binden, sondern wir haben vielleicht eine Select-Methode und die weiß dann, okay, Select kann ich nur auf die sinnvolle Art und Weise nutzen, indem ich die Ergebnisse mappe, das heißt aus den Ergebnissen dann Spalten rausziehe und dadurch, dass ich sowohl den SQL-Code als auch diesen Extraktions-Code sehr nah aneinander habe, weiß ich dann auch automatisch, welche Ergebnisse ich in meiner Query zu erwarten habe, dass ich Select Value vom Test aufrufe und nicht nochmal das Ergebnis inspizieren muss, sondern hole dann direkt das Value einfach raus. und dann ist es schon da. Bei Updates verhält es sich ähnlich. Wenn ich ein Update-Statement oder eine Update-Intention habe, dann rufe ich die Create-Update-Methode auf, binde meine Parameter da dran und führe es aus, ohne tatsächlich das Ergebnis konsumieren zu müssen. vielleicht bin ich daran interessiert, wie viele Zeilen davon betroffen sind, vielleicht aber auch nicht. Und das ist eine Wahl, die ich nicht auf SPI-Ebene treffen will, weil die Use Cases über die Welt verteilt sind komplett unterschiedlich. Sondern das ist eine Wahl, die ich auf Applikationsebene treffen will, und zwar in Bezug auf meinen Client, was der mir erlaubt und welche Use Cases ich habe. Und ein anderes Beispiel. Transaktionen. vielleicht will ich in 99% der Fälle einfach nur einen Straightforward-Fall abbilden, dass ich sage, okay, bei jedem Fehler will ich einen Rollback. Und um das auszudrücken, benötige ich nicht eine Wandvoll-Code, sondern kann vielleicht eine Intransaction-Funktion bereitstellen, die meinen Datenbank-Code entgegennimmt, eine gewisse Aktivität auswirkt, und das alles, was da drin passiert, passiert innerhalb der Klammer von Transaktionen. Und das ist für mich die Stärke dessen, dass wir dieses Konzept der User-API in einen Client hinverlegen, der mir genau das bietet, was meine Applikation benötigt. Und wenn ich mehr brauche wie das, kann ich immer noch auf das SPI draufzugreifen oder einen anderen Client nutzen, der mir die Dinge so repräsentiert, wie ich das gerne von meinem Programmiermodell hätte. So, der R2DBC-Client selbst ist eines dieser Beispielprojekte, die wir gebaut haben, um mal so die Theorie zu validieren. Ein anderer möglicher Client ist Spring Data R2DBC. Und bei Spring Data R2DBC haben wir uns gedacht, so, alle die Dinge bewegen sich in eine funktionale Richtung. Warum nehmen wir nicht diesen Aspekt auf und bieten ein funktionales Fluent-API an, indem wir auf eine funktionale Art und Weise unsere Daten zugreifen und lassen dort drin dann diese Ideen mit einfließen, die sich über Jahre hinweg im Spring Framework bewahrheitet haben. Beispielsweise das Named Parameter Template, JDBC-Template, bei dem ich symbolische Namen verwenden kann, statt Fragezeichen, um Parameter zu binden. Und all diese Ideen sind in Spring Data R2DBC geflossen und daraus ist der Database Client erst einmal entstanden, bei dem ich sowohl irgendwelche SQL-Statements ausführen kann, als auch spezifiziert, speziell Insert, Update, Delete Statements, die mich dann durch das Selektieren, durch das Einfügen von Daten durchleiten. Ich kann Daten auf eine natürliche Art und Weise binden, ich kann sie auf eine natürliche Art und Weise mappen, so wie ich es von den anderen Spring Data Integrationen gewohnt bin. Und hier in diesem Beispiel selektieren wir Daten aus der Person-Tabelle und mappen sie dann auf ein Person-Objekt, ohne anzugeben müssen, okay, jetzt hol dir folgende Spalten raus, sondern einfach durch dieses Entity-Modell, was sich hinter dieser Person-Class verbirgt, können wir dieses Mapping davon ableiten. Und somit halte ich ja ein Fluent API, was mir dann ein Flux von Person-Objekten zurückliefert. Neben dem Database-Client gibt es auch in Spring Data RTBC das Repository API für relationale Datenbanken. Und auch dort kann ich auf gewohnte Art und Weise meine Queries deklarieren und die Queries dann entsprechend konsumieren und reduziere damit dann wieder den Overhead, wenn es für meine Anwendung Sinn ergibt. Vielleicht kommt am nächsten Tag irgendjemand und sagt, okay, nee, ich mag kein Spring, ich mag auch den RTBC-Client nicht, ich mag MyBetis, weil das irgendwie meine Wahl ist. Oder ich mag Juke verwenden. Oder ich mag irgendwas komplett anderes verwenden. Und für all die ist das RTBC-SPI geschaffen, damit sie für euch die Integration, den Klienten bauen, den ihr benötigt, den ihr liebt. So, was gibt es sonst noch an Goodies in RTBC? Wir haben aus den JDBC-URLs gelernt und haben uns überlegt, hey, statt dass jeder Treiber selber sein URL-Parsing implementiert, lass uns das mal zentral lösen. Lass uns mal so eine Art Standardformat für URLs deklarieren, bei dem ich nicht jedes Mal wieder ins Internet muss oder ins Manual muss, um zu lesen, eher verwende ich jetzt Semikolon oder Fragezeichen oder welche Trendzeichen, um Optionen zu übergeben. Wie ist dann die URL aufgebaut? Ist das irgendwie RTBC, Postgres und dann sofort der Datenbank Ausnahme oder kommt dann nochmal ein Doppelpunkt und Doppelslash dahinter? Wir haben dieses Format standardisiert, wir haben eine Implementierung bereitgestellt, die URLs parsen kann und jeder Treiber Implementierer muss dieses Problem nicht mehr für sich selber lösen, sondern bekommt das von uns gelöst. Hinten dran steckt ein programmatisches API, was es uns auch erlaubt, programmatisch eine Connection Factory zu konfigurieren. Ich kann sogenannte Connection Factory Options deklarieren, indem ich auf eine programmatische Art und Weise dann sage, okay, das ist der Hostname, das ist das Connection Timemode, das ist der Username. Der Hintergrund davon ist nun beispielsweise Konfigurationslösungen wie Spring Boot oder Micronode oder andere, bei denen ich eine URL deklariere, die auf meinen Endpoint der Datenbank zeigt, da steht der Hostname drin, mein Port, vielleicht der Datenbankname auch noch, aber Username und Passwort will ich da nicht reinschreiben, weil das sind so Security-relevante Dinge, die gehören da eigentlich gar nicht rein, die will ich vielleicht woanders herbekommen, entweder aus einer verschlüsselten Datei oder aus einem Vault oder aus einem Creadhub oder aus einem ganz anderen System, aber die will ich da nicht drin haben und muss ich die beiden Informationen zusammenbringen. Und ganz ehrlich, String Congratination und String Parsing jetzt zu gucken, wo fängt denn der Hostname an und wo endet das Doppel Slash und das ist nicht schön. Deswegen haben wir uns überlegt, das was hinter dem URL-Parsing steckt, ist eigentlich Connection Factory Options und die kannst du bekommen, indem du eine URL parsst und kannst dann da noch deinen Username und Passwort mit dazu pluggen, bekommst ein neues Connection Factory Options Objekt und mit dem gehst du dann zu RTBC und das gibt dir dann deine Connection Factory. Das heißt, ich argumentiere das, was ich über die URL bekommen habe mit weiteren Parametern und habe gar keinen Bruch in der Art und Weise, wie die Optionen weitergeleitet werden, sondern benutze immer dieselben Datenstrukturen und dieselben Klassen. Was können wir heute schon mit RTBC machen? Nun, als wir RTBC auf der Spring One letztes Jahr angekündigt haben, haben wir gesagt, wir haben ein Experiment gestartet. Stand heute haben wir etwa Alpha-Qualität. Bitte nicht in Produktion verwenden. Aber dafür könnt ihr sämtliche Features verwenden, die wir bereits spezifiziert haben. Wir können Badging, wir können Typ-Konvertierung anbieten, wir integrieren uns mit SafePoints, wir arbeiten mit Transaktionen, wir können datenbankspezifische Funktionalitäten nutzen. Postgres beispielsweise hat einen PubSub-Notification Mechanismus, der ideal sich in sowas mit einfügt. Ist zwar kein Teil von RTDBC selbst, aber es ist etwas, was wir in dem Treiber implementieren können und was nachher dann an den User herausgegeben werden kann. Es gibt Implementierungen für H2 als Embedded Datenbank, eine Microsoft SQL-Server Implementierung, eine Postgres Implementierung. Ich habe letztens ein Projekt entdeckt, was in der Community gestartet wurde und was eine MySQL Implementierung anbringt. Und das ist cool zu sehen, dass die Community einfach das aufgreift, was wir vorgeschlagen haben, was irgendwie aus der Not geboren wurde, weil es sonst nichts Besseres gegeben hat. Das Ökosystem selbst besteht aus dem SPI, also dem Service Provider Interface, mit Dokumentation, mit Spezifikation in ASCII-Doktor, die regelmäßig mit den Releases publiziert wird. Wir haben drei Treiber Implementierungen. Es gibt R2DBC Proxy, was das ist, werden wir uns gleich anschauen. Genau, in der Community gibt es den MySQL Treiber, der irgendwo am Entstehen ist. Es gibt zwei Client Implementierungen, Spring Data R2DBC und den R2DBC Client. Die anderen Dinge sind derzeit so ein bisschen was noch im Entstehen. Und ich für R2DBC nutzen würdet. Dass ihr auf Github hergeht und mal guckt, gibt es schon ein Ticket dafür? Wenn nein, eins erzeugen. Wenn es eins dazu gibt, vielleicht ein Plus 1 hinterlassen oder ein Kommentar hinterlassen. So dass auch die Main Täter wissen, okay, das was Piddle macht, ist nicht nur eine One-Man-Show, um die Leute beschäftigt zu halten, sondern nein, es gibt tatsächlich Bedarf dafür und wir möchten alle an diesem Ökosystem dann partizipieren. Denn nur dann wissen wir auch, dass es wirklich Bedarf gibt. Den Bedarf meldet sich nicht automatisch an, sondern erst wenn jemand die Hand hebt, erst dann merken wir, okay, da Kennt jemand von euch den Data Source Proxy für JDBC? Eine halbe Stimme. So, was ist der JDBC Data Source Proxy? Und zwar ist das eine Komponente, die sich auf JDBC Data Source oben drauf setzt und mir Möglichkeiten gibt, dass ich SQL Calls loggen kann, dass ich protokollieren kann, wie lange die einzelnen Zugriffe gedauert haben, dass ich das Erzeugen einer Connection gedauert, dass ich Einsicht in meinen Treiber bekomme und in mein JDBC System und dass ich so Dinge wie Tracing Observability daraus bekomme, Metriken daraus bekomme oder dass ich so ein Instana, ein Datadog und wie sie alle heißen da oben dran klemmen können, dass sie mir so ein nettes Dashboard präsentieren können, was passiert denn eigentlich innerhalb von meiner Anwendung dafür ist der Datasource Proxy eigentlich da und der Entwickler des Datasource Proxys hat irgendwann mal RGBC gesehen und gedacht so probierst du das mal aus ist dann hergegangen hat dann das SPI implementiert mit auf Basis dessen was er für JDBC gemacht hat und hat uns irgendwann mal drauf aufmerksam gemacht und zur gleichen Zeit hat irgendjemand von Datadog bei uns ein Ticket aufgemacht so ja es wäre schon cool irgendwie so Micrometer zu integrieren oder mal aspektorientiert mal zu gucken was dann so über die Leitung läuft welche Queeries abgesetzt werden wie lange die eigentlich so dauern und dann kommt der Kollege aus San Francisco und sagt so hier guck mal ich habe da was gebaut und uns sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen das war ein Wahnsinns Moment und wir haben uns zusammen mit dem Kollegen entschieden den RTLVC Proxy als Top Level Projekt mit in die RTLVC Organisation mit aufzunehmen und was uns der Proxy eigentlich bietet ist ein Wrapping der Connection Factory und Listener die aufgerufen werden sobald ich ein Statement erzeuge sobald ich ein Statement ausführe sobald das Statement fertig gelaufen ist und all diese Dinge sind so die kleinen Bausteine die nachher ein APM benötigt Application Performance Management Tool um euch eigentlich so in der Anwendung oder ich möchte meine Metriken vielleicht nach Prometheus rausloggen und das ist genau das Tool was euch diese Funktion bietet wir haben sogar auch mal eine Demo bekommen die Agent basiert ist das heißt dass meine Anwendung gar nicht wissen muss dass es eine RTLVC Proxy gibt sondern über einen Agent hängt sich der Proxy an die Stellen rein wo Connection Factories erzeugt werden und auf magische Art und Weise werden dann Daten extrahiert das war ein super cooler Moment den kann ich auch natürlich programmatisch konfigurieren wenn ich das möchte nehme einfach eine Original erzeug mir eine Connection Factory die reiche ich dann in diesen Proxy Connection Factory Builder rein kann dann Listener registrieren und ab geht die Post und dann nutze ich diese Connection Factory die mir der RTLVC Proxy dann bereit stellt wie sieht es mit Alternativen aus nun um Non-Blocking zu erreichen kann ich eine Sache machen ich kann mir eine Threadpool nehmen und alles was ich an JDBC Arbeit habe einfach auf dem Threadpool abarbeiten das ist eine coole Idee weil der Aufrufer ist nicht mehr länger dann blockiert bis der JDBC Aufruf fertig ist sondern sobald der JDBC Aufruf fertig ist kommen dann irgendwann mal die Daten wieder in meinen reaktiven Publisher das ist aber keine sonderlich gute Idee das ist keine gute Idee weil wir über massive Skalierungssprünge sprechen wir sprechen nicht mehr länger über 10 oder 100 Requests die die Anwendung parallel verarbeitet sondern wir sprechen über eine Dimension von Tausenden Zehntausenden Hunderttausenden gleichzeitigen Connections und wie das mit Queues nun mal so ist entweder sind sie leer oder sind sie komplett voll ist es auch in diesem Fall genauso denn ich will jetzt nicht noch viel mehr Threads allokieren um meine blockierende Arbeit irgendwie zu erledigen sondern vielleicht nur eine Handvoll so vier fünf und was dann der Effekt dessen ist nun während diese vier oder fünf Threads beschäftigt sind wird die Queue an Arbeit immer größer davor vor diesem Threadpool von diesem Worker und wenn die Queue Unbounded ist dann habe ich irgendwann mal den ganzen Memory voll mit Runnables und dann explodiert mir mein Memory also Unbounded Queue ist keine gute Idee wenn ich eine Bounded Queue nehme läuft die auch irgendwann mal voll und irgendwann fängt sie vielleicht an zu blockieren das heißt das was mit einer guten Intention gestartet ist zeigt sich hinten raus dass es dann doch keine so gute Idee ist weil eben diese ganzen positiven Effekte die ich mir davon verspreche werden entweder auf die eine oder auf die andere Weise zunichte gemacht und das ist so ein bisschen was schade deswegen können wir da an der Stelle keinen JDBC nehmen was wir vielleicht in Zukunft machen können es gibt Stand heute kein magisches Werkzeug was blockierende Calls auf magische Art und Weise in Non-Blocking Calls übersetzen kann aber was es gibt ist eine Initiative von Oracle und zwar Project Loom was sich überlegt okay lass uns das Konzept von Threads und User-Space Threads mal neu denken und das ist etwas was es dann schafft blockierende Aufrufe in nicht blockierende Aufrufe umzuwandeln sofern diese Aufrufe auf einem bestimmten Worker-Pool auf einem sogenannten Fiber-Pool laufen denn die Fibers machen genau das was eigentlich das reaktive Programmiermodell als Ursprungsidee hat sobald ich an einer gewissen Stelle nicht mehr weiterkomme fange ich an an einer anderen Stelle weiterzumachen und somit werden dann diese blockierenden Aufrufe pausiert zur Seite gelegt und dann wird an einer anderen Stelle angefangen wieder weiter zu das heißt in Zukunft könnte es sein dass wir doch irgendetwas bekommen was JDBC wieder nutzbar macht aber ich denke bis dahin ist es durchaus noch ein wenig Zeit die zweite Alternative hat Oracle vor drei Jahren angekündigt und vor zwei Jahren das erste Mal Code als Beispiel gestellt und zwar ADBA und ADBA steht für Asynchronous Database Access es ist ein API was zwar kein Konkurrent oder Nachfolger von JDBC aber es erlaubt ähnliche Dinge das heißt dass es auf eine nicht bekehrende Art und Weise mir erlaubt mit der Datenbank zu interagieren und das Hauptinterface dadurch dass es auch ein asynchron getriebenes Projekt ist sind completable Futures und completable Futures laufen sofort los sofort sobald ich dem Framework das Signal dazu gebe eine Queer auszuführen sie liefern mir eine Liste von Elementen zurück terminieren dann irgendwann mal und das ist cool dass es so eine Initiative gibt aber sie ist nicht reaktiv ich habe kein Konzept von Backpressure was essentiell für Reactive Streams ist ich habe keine Möglichkeit Daten zu streamen es gibt zwar so ein paar Interfaces die aussehen dass man sie vielleicht nutzen könnte aber so richtig überzeugend ist das diese ganze Initiative nicht die einzige funktionale Implementierung von ADBA ist ADBA over JDBC und das da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz weil das ja genau das ist was ich ja nicht will ich will kein JDBC auf dem Threadpool haben das kann ich auch selber alleine schlechter machen wie auch immer wir haben uns das Projekt trotzdem angeschaut um mal einen Rapper drum herum zu bauen das heißt R2DBC over ADBA over JDBC nein das machen wir natürlich nicht so ein paar findige Postgres Dudes haben sich überlegt hey da ist gerade was am entstehen und haben dann mal einen ADBA Postgres Treiber zusammen gehackt und ich denke dass früher oder später auch mal der Oracle Treiber auf ADBA setzt und das ist dann für uns eine schöne Gelegenheit zumindest Oracle Datenbanken auch mit zu unterstützen obwohl deren Treiber nicht Open Source ist aber solange der sich an irgendein Standard API hält hey wunderbar dann profitieren auch die ADBA User davon dass sie eine Oracle Datenbank dann integrieren können Safe Harbor Statement sagt eigentlich nur dass jetzt Zeug kommt was noch nicht da ist und vielleicht nie kommen würde aber persönlich glaube ich nicht dran weil wir haben nämlich Pull Requests für die meisten dieser Dinge wir bleiben natürlich an dem Thema dran um weitere Funktionalität in das SPI hinzuzufügen bis wir an einem Punkt angelangt sind wo wir sagen ja jetzt können wir mal ein Release davon machen und das sind namentlich die Dinge Blob und Silo Pendling das heißt Large Objects müssen irgendwie spezifiziert werden dass ich mit großen Datenmengen dann interagieren kann aktuell kann ich nur ein String oder ein Byte Array oder ein Byte Buffer aus meiner Row rausziehen aber wenn ich anfange einen 2 GB String aus einer Row rauszuziehen dann widerspricht auch das wieder dieser reaktiven Idee weil so 2 GB auf einmal zu allokieren das ist schon ein ordentlicher Haufen Speicher wir schauen weiter nach Implementierung für zusätzliche Treiber MySQL wird sehr gerne angefragt DB2 ist einer der anderen Kandidaten es gibt noch viele weitere Datenbanken im Ökosystem die aktiv genutzt werden und da schauen wir dass wir mit den Datenbankherstellern und auch Treiber Maintainern in Modus kommen indem wir sie anleiten können sie ermutigen können Treiber dafür entweder selber zu schreiben oder sich zumindest an der Wartung und Weiterentwicklung der bereits bestehenden Treiber zu beteiligen und das klappt stellenweise ganz gut wir haben Stand heute noch kein Connection Pooling für RTDBC das heißt sobald ich eine Connection aufmache wird tatsächlich immer wieder eine neue Connection aufgemacht statt dass die Connection die ich vorher benutzt habe in den Pool gelegt wird und dass ich sie dann wiederverwenden kann das ist etwas was demnächst kommen wird wir sind weiter auf der Suche nach Client Implementierung und wir haben mit der MicroProfile Community gesprochen die sind sehr interessiert daran einen Client bereitzustellen myBaitis JDBI Juke all diese sind schon bereits im Boot und sind sehr interessiert daran und was hindert sie daran irgendwas bereitzustellen es gibt noch kein GA Release das ist etwas worauf wir darauf hinausarbeiten und es wird denke ich noch eine Weile dauern bis es einen GA Release gibt und was bedeutet GA in Worten nun als mich das jemand Anfang des Jahres gefragt hat habe ich gesagt so Mitte des Jahres wird es ja irgendwas geben wenn man mich das heute noch fragt so 08 Release ja aber ich glaube nicht dass wir schon API Stabilität haben weil wir wirklich noch trotz dass wir zwei Jahre schon an dem Thema arbeiten sind wir immer noch am lernen und wir möchten etwas bereitstellen was dann ausprobiert werden kann was auf Testsystem laufen kann was dann irgendwann mal in Produktion laufen kann aber so das Bauchgefühl sagt vielleicht noch nicht 1.0 aber 08 das könnte etwas sein was wir in diesem Sommer oder im Herbst sehen und so geht eben die Story und die Arbeit an den Stellen dann weiter wir haben einen wöchlichen Call wir haben ein Twitter Handle wir haben GitHub Repositories wir haben eine Mailinglist und ihr alle seid eingeladen euch die Dinge anzuschauen guckt es euch an schaut euch die Traube an schaut euch die Clients an schaut euch den Weekly Call an schaut euch die Mailinglist an gebt euer Feedback hinterlasst eure Wünsche nur dann wenn wir wissen dass ihr Wünsche habt und wie die aussehen oder welches Problem ihr lösen wollt nur dann können wir tatsächlich auch drauf eingehen und wir sind immer noch in der Phase wo sich die Dinge sehr stark bewegen können in die eine oder andere Richtung und dabei ist das einzige wichtig für uns wir wollen ein cooles API schaffen was für alle genutzt werden kann das alle lieben und das euch hilft bessere reaktive Anwendungen zu schreiben und damit bedanke ich mich sehr herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit wir haben jetzt noch Zeit für Fragen wenn ihr welche habt ansonsten vielen herzlichen Dank Ja Frage Also die Frage ist wie funktioniert reaktiv wenn es synchron ist also die antwort ist implizit und damit kannst du nicht viel anfangen zwar ist die Grundidee bei reaktiv die dass ich mich von diesem Ausführungsmodell auf welchem Threads wird es ausgeführt oder Saltpool oder wo auch immer ein Stück weit löse dass ich dieser keine Annahme darüber treffe Was Fakt ist ist bei der reaktiven Programmierung arbeite ich entweder mit irgendeiner Third-Party Integration oder ich habe irgendeinen Generator der mir Daten produziert also ich habe eine Liste die viele Elemente enthält oder ich habe einen Operator der mir Der mir alle Sekunde oder in einer Vorschleife dann Werte produziert An diesem Fall bleibe ich üblicherweise auf dem Thread auf dem ich diese reaktive Ausführung initiieren auf dem ich eine Subscription auf mache Sagt dir das was? Subscription? Perfekt So das heißt ich gehe dann zu meinem Generator zu meinem Publisher Er fordere Daten an Bin auf dem selben Thread Der produziert dann die Daten auf dem selben Thread Und terminiert auch auf dem selben Thread Da habe ich keine Threads Kein gar nichts Aber das ist von außen gar nicht so offensichtlich Weil ich eben halt diese Annahme nicht habe Umgekehrt wenn ich jetzt eine Integration habe Beispielsweise eine Datenbank Die hat Braucht irgendwelche Threads um zu kommunizieren Üblicherweise Die meisten Träume die ich jetzt so gesehen habe Sind mithilfe von Netty gebaut Netty hat eine Eventloop Und sobald Daten auf einen Rückkanal zurückkommen Werden die Daten auf dem Eventloop Thread bearbeitet Und auf dem Eventloop Thread auch als Daten rüber publiziert Das heißt da habe ich eine gewisse Asynchronität Subscribe mache ich auf einem Thread Der Response kommt auf einen anderen Thread rein Und deswegen eben diese Antwort Die Dinge sind implizit Und es hängt immer davon ab Wie dein Publisher gestrickt ist Oder wie der ursprünglich arbeitet Noch weitere Fragen Was bespricht man im Weekly Call Wir besprechen beispielsweise Proposals Also irgendjemand schreibt auf eine Mailingliste Hey ich hätte gerne eine bessere Metadaten Für eine Road Damit ich herausfinden kann Welche Datentypen Welche Column Namen da drin sind Und dann nehmen wir das Thema auf Und besprechen Wie kommen wir am besten dahin Dass wir diese Anforderungen dann lösen Betrachten das von verschiedenen Seiten Und jeder hat dann seine eigene Sicht auf die Dinge Und seine eigene Erfahrung Und somit formt sich dann irgendwann mal so ein Bild Wie man das dann lösen könnte Dann macht jemand ein Projekt fest Und dort wird dann weiter diskutiert Oder beispielsweise Der Kollege von R2DBC Proxy So ich mache jetzt ein Screensharing Und zeige euch mal Wie das mit ByteBody gebaut ist Solche Dinge Oder die Datenbanktreiberentwickler Die beispielsweise Postgres-JDBC bauen Sind auch mit in einem Call drin Und wenn wir dann über Postgres-Spezifika sprechen Helfen die mit Details aus Also es ist wirklich ein Austausch Ein interdisziplinärer Austausch Von vielen Kollegen Die einfach da in diesem Ökosystem mitmachen wollen Und jeder gibt da sein Feedback rein Sein Wissen rein Und am Ende des Tages Entsteht da irgendwo ein Pull-Request Und draus Ja Und da hat man jetzt auch Und er erzählt Das man natürlich auch weiß Das ist natürlich auch Und das ist natürlich auch Einigkeitssitzende Logische Dienst Einigkeitszinspar zu arbeiten Langsamer ist Als natürlich Einigkeitsrische Profitimierte Die Zipper Und das ist dann ja dran Und dann sagt man Okay, also fassen wir mal deine Frage zusammen. Wie verhält es sich denn so mit dem Overhead, reaktive Programmierung versus imperative Programmierung, hochoptimierte JDBC-Treiber und wie ist da so die Einstellung der Datenbankhersteller? Also, wenn ich mich für reaktive Programmierung entscheide, ist auch das mit dem Preistag versehen. Es gibt nichts für umsonst und selbst das Sterben kostet einen das Leben. Und so ist es auch bei der reaktiven Programmierung. Bei der reaktiven Programmierung habe ich eine sehr, sehr steile Lernkurve, weil ich nämlich all dieses Wissen von Tag 1 benötige. Das heißt, da habe ich den Kosten von Team erst mal aufschlauen. Das Zweite, was ich habe, ist durch die Art und Weise, wie ich dann mein Programmiermodell ausdrücke, habe ich sehr viel Overhead. Mein Programm, mein Code wird nicht mehr länger von der Domäne dominiert, nicht mehr von meinen Users und Orders und was ich noch so an Objekten habe, sondern plötzlich von Publishern, von Monos und von Fluxes und von Futures und von Callbacks. Das heißt, an der Stelle verändert sich auch mein Code und ich muss lesen lernen, wie dieser Code funktioniert, wie er aussieht. Durch die Art und Weise, wie die Bibliotheken implementiert sind und eigentlich auch durch die ganze Objektallokierung, die zu dem Zeitpunkt entstehen, die ich bei der reaktiven Ausführung habe, habe ich auch einen erhöhten Objektinstanzierungsoverhead. Ich erzeuge jede Menge Fluxes und Publishers und Operatoren und hin und her und hasse nicht gesehen. Und das alles muss erst mal erzeugt werden und nachher vom Garbage Collector abgeräumt werden. So grob, wir haben mal Performance-Messungen gemacht, grob ein reaktiver Stack ist ca. 25% langsamer als ein imperativer bei kleinen Ergebnismengen. Bei großen Ergebnismengen wandelt sich das wirklich komplett, dann bin ich 25% schneller. Das heißt, ich brauche auch einen entsprechenden Use Case, damit das Ganze Sinn ergibt und nicht künstlich mein System langsamer macht. Und das bringt uns dann zu dem letzten Punkt, wie sieht es mit den JDBC-Treibern aus? Es gibt nichts Performanteres als die heutigen JDBC-Treiber. Punkt. Die Dinge sind über 20 Jahre, 22 Jahre gelieft. Da ist massiv Wissen drin, da ist massiv Optimierung drin. Wir bleiben alle auf dem selben Thread. Es gibt nichts Schnelleres als auf dem selben Thread Dinge zu tun. Egal ob es I.O. ist, Berechnung oder was auch immer. Und da werden wir, denke ich, auch nicht wirklich dran kommen. Oder vielleicht ein Stückchen nah dran kommen. Aber das ist nicht das exakte Ziel, was reaktive Programmierung versucht zu lösen. Sondern mit reaktiver Programmierung möchten wir ein Skalierungsproblem lösen. Kein Durchsatzproblem. Wenn ich ein Durchsatzproblem habe, dann bitte andere Dinge nutzen. Wenn ich ein Skalierungsproblem habe, dann können wir ja mal über das Thema weitersprechen. Und ab welchem Punkt lohnt sich reaktive Programmierung? Ich hatte es heute im Workshop mal angesprochen. Es gibt so einen Überschneidungspunkt, bei dem vielleicht die Hardwarekosten dann nach oben explodieren. Bei dem ich dann merke, okay, ich gebe enorm viel Geld dann für Hardware oder für Infrastruktur aus. Und möchte dieses Geld vielleicht erstmal anders nutzen, weil durch die Umstellung des Programmiermodells ich mir mehr Skalierbarkeit verspreche und die dann auch bekomme. Aber der Punkt, um den zu erreichen, da muss ich Netflix werden oder Twitter werden oder Google. Und da das nicht so der Standard-Use-Case ist, sollte ich mir wirklich überlegen, will ich reaktive Programmierung machen? Will ich mir das wirklich antun? Und ich finde, reaktive Programmierung ist das Werkzeug der Zukunft. Also es gibt nichts Besseres als reaktive Programmierung. Reaktive Programmierung und reaktive Systeme skalieren enorm. Aber ich habe nicht mehr in diese Grenze so 100 User oder 150 User, sondern immer 100.000 User, 150.000, eine Million. Das sind so die Dimensionen, über die ich anfange nachzudenken. Und reaktive Programmierung sollte ich als Entscheider, als Architekt, als Entwickler eher sehen, eigentlich will ich es nicht machen. Aber wenn ich es machen muss, dann mache ich es. Ich mache es nicht, weil ich es will, sondern ich mache es, weil ich es muss. Cool. Wenn es sonst keine weiteren Fragen mehr gibt, dann schließe ich damit den Vortrag. Michael? Vielen Dank. Vielen Dank.